Und dann kommt sie zu uns, die deutsche Meisterin im Viergang. Silberrot ist sie letztes Jahr im Tölkpreis, gewandert diesen Tölkpreis nach auf der Mitteleuropäischen Meisterschaft. Ist dieses Jahr schon Europameisterin im Viergang geworden, auf Eis in Holland in Haarlem. Und startet jetzt hier mit Tiegelt vom Grundzug, meine Damen und Herren. Dann letzte Stadterin in diesem Feld, die laufende Nummer 61 in diesem Wettbewerb. Und dann haben wir alle gesehen, die hier im einzelnen Talent startgehen, in der sogenannten V1. Alles Gute, Frauke und Tiegelt vom Grundzug, die Prüfung beginnt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Musik Frau Geschenze-Tigl vom Kunsthof. Dankeschön. Das war die letzte Starterin in diesem Viergangpreis, liebe Gäste, hier in Rotrad. Und ich glaube, wir haben Sie mit reichlich guten Ritten verwöhnt, heute über 60, die Sie hier gesehen haben. Jetzt geht es gleich weiter mit der Parade. Dort nochmal die Erinnerung bitte an die Teilnehmer, ihre Pferde mitzunehmen.